Glauben Sie wirklich, dass es jemanden gibt, der mit Russland verhandeln will oder der auch daran glaubt, dass die Russen, was sie dann vielleicht in so Verhandlungen unterschreiben werden, dann auch einhalten? Naja, wir haben ja ein Beispiel dafür, dass Russland bereit war zu verhandeln, auch dazu Zugeständnisse zu machen an die Ukraine. Diese Zugeständnisse gingen ja sogar so weit, dass Russland bereit war, seine Präsenz in der Ukraine auf den Stand vom 23. Februar zurückzuziehen. Wir wissen heute, dass diese begreifbare Vereinbarung, muss man sein, die im Übrigen auf einem Vorschlag der ukrainischen Regierung beruhte, den Russland dann in sozusagen einen Vertragsentwurf umgearbeitet hat, dass diese Vereinbarung nicht zustande kam, weil hier der Westen und zwar in der Person des damaligen britischen Premierministers Johnson interveniert hat. Lassen Sie mich vielleicht noch anfügen, gerade die gegenwärtige Situation ruft ja eigentlich danach, sich wieder an den Verhandlungstisch zu begeben zwischen beiden Seiten. Hier müsste natürlich zunächst von den Vereinigten Staaten Druck auf die Ukraine ausgeübt werden, dass sie tatsächlich diese Bereitschaft erklären. Und der amerikanische Generalstabschef, der General Milley, hat ja gerade vor wenigen Tagen mehrfach übrigens dazu aufgerufen, diese gegenwärtige militärische Lage, in der die Ukraine keine weiteren Fortschritte erzielen kann, also den Krieg auch nicht gewinnen kann, dazu zu nutzen, diesen Krieg zu beenden.